Hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy X. Zuletzt haben wir Yuna gerettet und jetzt wollen wir auf Schiffsreise gehen. Ich weiß noch nicht, wo ein Schiff ist. Ah, okay, hab's gefunden. Ich will Erster sein. Weg da, weg, 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 weg. Was weinen die alle? Oh Gott. Goodbye. Das Schiff fährt noch nicht mal, wenn sie sagt Goodbye. Porta Quilica. Hat sie ein bisschen spanisch an, finde ich. Was tut er da? Ups. Er ist voll fasziniert von einem Fernglas. Ja, ja, und von Yuna. Oh Gott, was? First to Quilica Island. Then we change bolts and hit for Luca. Mhm. For Atto, Yuna's gotta pray at the temple. I'll be guardin. We'll be praying for the Aarons victory too. So you come along, yeah? Huh. Great plan. Hey, it is a great plan. Don't look at me. Was hat sie denn dazu zu sagen? Äh, sag ich dir nicht. Kann ich damit nicht spielen? Hm, okay. Entschuldigung. Bin bisschen erkältet. Oder ein bisschen noch, noch ein bisschen erkältet. Okay, da hat er auch was zu sagen. Anscheinendlich. Oh Mann, um uns scherzt sich keiner. Ach komm, das war schon immer so. Ja, hm. Was müssen wir jetzt hier machen? Ich weiß das gar nicht mehr. Was ist, willst du das Fernglas benutzen? Hm, na, jetzt gerade nicht, glaube ich. Wie nett, dass du fragst. Oh, miss, auch nichts. Vielleicht muss ich das doch benutzen. Ja, geh mal her. Kriegst du aber nicht. Du wirst ja eh nur damit rum. Hm. Arsch. Ah, na, unten geht's auch noch. Ja, geh doch mal runter. Wer willst du? Wer zur Hölle ist das? Oh, willst du das wissen? Ja, ernsthaft. Oh Gott, oh Gott. Okay, ist das also der fahrende, schwimmende Händler? Oder? Oh, Entschuldigung. Ich kann hier auf jeden Fall speichern. Vielleicht ist das gar nicht so schlecht. Wer weiß, was uns erwartet. Was hier? Was ist das? I'm not at liberty to talk about our plan. Was? Restricted area. Our operation depends on this cargo. Okay. Ist mir schlecht. Ich bin seekrank. Dem ist doch total schlecht. Und wenn ich den so angucke, wird mir auch schlecht. Deswegen guck ich weg. Guter Plan. Und wenn du da bist. Äh, da war ne Kiste. Allheilmittel. Halt das auch Kummer und Sorgen? Dann nehm ich das auch. Chocobo-Eintrieb. Oha. Miracle's and Oddities, we're starting to become daily routine on this trip. Oha. Kann ich hier noch irgendwo hin? Nö. Gut, dann gehen wir wieder raus. Gehen wir wieder hoch. Ich hab keine Ahnung, was ich machen muss. Entschuldigung. Ah, jetzt gehen sie. Jetzt kann ich da hin. Oha. Das ist ein stabiles Seil, wo man sich drauflegen kann. Der Wind. Es ist schön. Okay. Du bist ein Blitzball-Spieler, nicht wahr? Von Zanarkin, nicht wahr? Du hörst das von Wakka? Mhm. Huh. Wakka. Wakka hat mir überhaupt nicht glaubt. Aber ich glaub dir. Was hab ich gesagt? Sein Vater. Mein Vater. Sein Name ist Jack. Oh! Hm. You know, our meeting like this must be the blessing of Yevon. Womöglich. Es klingt wie er, aber es kann nicht sein. Warum nicht? Mein altes Mann. Er hat sterben. 10 Jahre vor. Auf der Kost von Zanarkin. Nee, aber wahrscheinlich wurde er auch dahin gebeamt. Gesogen. Oder wie auch immer. Schreiz der Kältung. Und keiner hat ihn gesehen. Warum, das ist der Tag, dass Jekt kam zu Spira. Aber... Es ist wahr, dass ich erst mit Jekt, 10 Jahre und 3 Monate vor. Ich erinnere mich, dass das Tag, mein Vater ist. Ja, so wie er. So wie du. Ja. Dove Frage. Uh. Was geht denn jetzt ab? Lass sie nicht los! Oh, Sin! Das geht an dir! Jetzt hat das Schiff auf jeden Fall ein paar mehr PS. Na toll, kann sie nix anderes, wie wechsle ich sie nochmal hier. Nicht gut. Ja komm, noch mehr, ist okay. Das habe ich mir auch gerade gedacht. Entfernte Gegner, wir sind schon schön zu erreichen. Okay. Das muss ja einer auch um die Viecher kümmern. Damit es nur ein paar weniger werden. Ja. Ich habe diesen Reizhusten. Ich sollte vielleicht einfach mal was beschwören. Vielleicht mal eine Idee. Ja. 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 Hm, sieht auch nicht mehr. Ich hab gedacht, er könnte jetzt ein bisschen mehr reißen. Ah, ich hab den mehr gezogen. Komm, kann ich jetzt mein Ultima ausspielen? Ich weiß gar nicht, ob ich damit überhaupt den da hinten treffen würde. Das war eigentlich mein Plan. Gut, funktioniert. Geschafft, hab ich's geschafft, hab ich's geschafft. Jaaaa! Oh! Egal, Hauptzeugeschaft. Aber jetzt schwimmt das Schiff bestimmt neben mir. Oh, Entschuldigung. Ja, ist weg. Hm? Hm? Ach, ist weg. Ich weiß nicht, ob ich da hinten hing, oder wie. Ach! Ah! Den hab ich ja jetzt gar nicht vermisst. Oh, Gott! Ach. 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 Freuteliger Feindler Äh, okay Was ist das? Komm, Leute Na ernst Erstmal die kleinen wegmachen Hab's geahnt Komm noch mehr Scheint ein doofer Gegner zu sein Mag der jetzt schon nicht Entschuldigung, mein Gott Was ist denn los heute? Auf jeden Fall sind wir gleich macho Weil wir können nichts mehr Hm Die Ekstase Fühlt sich auch nicht wirklich auf Komm schon Hm Flip aus Stirb doch Oder stirbt Wenigens einer von uns Kann ich Wenigens wieder Beleben Hm Ich hab nicht viel gebraucht Nee, komm Nerv mich nicht Geh put Ja, komm Nee Oh Das ist ja voll die Minusrunde Ey Na ernst Letzte Phönixfeder Ich raste aus Jetzt geh doch kaputt Alter Oh Gott sei Dank Boah Ich wär ausgeflippt Oder was passiert jetzt Was ist jetzt los? Oh- Uh- Uh- Hey- 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 Das ganze Dorf verschwindet Ja, da braucht man ja wohl nicht mehr hinfahren Weil es nicht mehr da ist Okay Okay When Sin attacks Anarkind that day I woke up in Spira I kept hoping it would work in reverse too I will defeat Sin I must defeat Sin I was just fooling myself Maybe it was that day On the sea Under the burning sun I started to give up hope I was in a foreign world I wasn't going home This was my new reality And I was stuck in it for good Meanwhile, my dreams have changed Well, there is no place And what are we keeping in mind There is nothing left What do we have at the end? Ich bin der Summoner Yuna. Ich komme aus dem Tempel in Besaid. M'lady Summoner! Wenn kein Summoner mehr hier ist, bitte, dass ich das Sending mache. Danke, B.T. Unsere Lieblings. Wir haben Angst, sie werden fienden. Bitte, ich bin zu ihnen. Die hauen alle ohne mich ab. Ja, sehr schön. Ich würde doch gerne mal was einkaufen. Ein paar Heilmittel und so. Mist. Ja, viel Spaß. So, meine Freunde, wir speichern jetzt hier. Und beim nächsten Mal geht's dann hier weiter. Bis dahin, euer Hunter. Ciao, ciao.